Grün oder Weiß? Grün. Ich glaube, das Grün ist überzeugender als Weiß bei den Vereinsfarben. Mailand oder Madrid? Madrid. Ist wärmer. Cola oder Fanta? Fanta. Ähm, Marca Cola. Snapchat oder Instagram? Snapchat ist persönlicher. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA, ganz klar. Nie Pro Evolution gespielt. Messi oder Ronaldo? Auch Messi. Obwohl der Ronaldo sehr, sehr hart arbeitet, aber der Messi ist einfach talentierter. Mallorca oder Ibiza? Ibiza. Apple oder Windows? Apple. Alles ist Apple bei mir. Das kannst du schon beantworten. Herbie oder Nils? Beide. Das sind beide Top-Typen. Taxi oder öffentlicher Nahverkehr? Öffentlicher Nahverkehr. Mox unter Leute zu sein. Dribbling oder Tackle? Tackle. Ist lustiger. Blond oder Brünett? Ja, das ist vorgegeben. Blond. Kino oder Netflix? Kino, weil man woanders hinkommt. Heim- oder Auswärtstrikot? Heim-Trikot. Kopfball-Tor. Kopfball-Tor oder Schuss-Tor? Immer Schuss-Tor. Mit Kopfball-Tor wäre nicht gut. Fortnite oder Counter-Strike? Fortnite. Viel gespielt. Eistonne oder Massage-Bank? Beides. Beides ist wichtig. Lieber 5 zu 4 oder 1 zu 0? 1 zu 0. Champions League oder Europa League? Champions League. Startelf oder Joker-Tor? Startelf. Kaffee oder Tee? Tee. Kaffee vertrage ich nicht so gut. Du hast gerade gesagt, bei dir ist alles Apple. Ist auch Apple Music oder Spotify? Apple Music, natürlich. Buch oder Fernsehen? Fernsehen, aber Buch wäre besser. Ecke oder Freistoß? Freistoß ist mir lieber. Siegtor in der 90. schießen oder entscheidendes Gegentor in der 90. verhindern? Ich finde beides cool. McDonalds oder Burger King? McDonalds, Burger King, mag ich nicht. Linkes oder rechtes Twix? Linkes. Und abschließend, Sommer oder Winter? Ganz klar Sommer, wegen der Sonne. Wir gehen.